Ein Stück davon, ein Stück davon und ein Stück davon. Ja, last harm season fire. Ich muss noch ein bisschen heulen, oder nicht? Aber ich glaube, das reicht, wenn man davon ein ist. Skoll. Skoll. Wie heißt das, Viech? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe das Ding. Ich habe mir extra was Dänisches besorgt, das war sehr gut wirkend. Was ist um alles in der Welt ein Demenzplan? Ist mir groß, ist mir noch ein kleiner, Daniel? Nö, nö, nö. Prost. Mit die Paprika. Ja, da kommt er jetzt. Was von Frise alles verträgt? Krankenwagenrufen? Nö. Wie auch schon. Pfff, fragen Sie mich. Alter, das war ja am 7. Mai, oder? Am 7. Mai. Am 7. Mai nur den SSW-Wert ist immer besser, die können auch Chilis ab. Oh, der ist auch noch ein bisschen scharf, ja.